Wo avez-vous appris cette technique? Ich möchte wissen, wo du das gelernt hast. So, dass ich die Technik vom Plan zu Ihnen habe aus der Staatsgewerbeschule. Ich habe appris cette technique, die nicht der Plan Zivil an der Staatsgewerbeschule vielleicht. Diese Technik ist wirklich interessant. Was hast du? Ich finde es interessant. Ich denke an ein Entschuldigung von der Repräsentation. Und deshalb ist es mein Körper, die ich hier repräsentiere. Vielen Dank. Er ist extrem gut. Wie sagt er? Ich möchte, dass Sie in einem Monat zurückkommen. Ich möchte, dass Sie in einem Monat wiederkommen, dass Sie zifren. Vielleicht kommen Sie auch mit ihm. Es ist wirklich stupide. Er kann nicht kommunizieren. Ja? Sie? Ja. Was sagt sie? Dass du auch gerne allein kommen kannst. Ich mache dir bei Überbräuch Ich mache dir zuerst. Ich esse mal ab, aber ich glaube ich falsch. Wow.